Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1028 Brachios Nekois, ein sehr komischer Titel, aber im Verlauf der Review oder falls ihr das Kapitel bereits gelesen habt, solltet ihr verstehen, worauf sich das bezieht. Bevor wir aber dazu kommen, fangen wir ganz vorne an und wir bekommen mal wieder einen Color Spread. Wir sehen die Strohwutbande, die hier in einem Beach-em-Up-Spiel drin ist und zwar sieht es sehr nach Super Smash Bros. aus. Wir sehen hier beispielsweise Zorro als Link aus Zelda, das finde ich ziemlich cool. Es gibt auch zwei Strohhüte, die hier quasi gegeneinander spielen, nämlich einmal Usopp, der hier ziemlich Cyber-mäßig aussieht und Nami, man kann es nicht besser sagen, sieht hier aus wie das perfekte Streamer-Girl. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der nächsten SBS mal die Frage kommt, wann es die ersten Hot-Tab-Streams von Nami geben wird. Aber es scheint sich nicht nur auf Super Smash Bros. zu beziehen, weil ich finde, Ruffy sieht hier ein bisschen aus wie Ken aus Street Fighter und auch Sanji hat hier ein sehr komisches Outfit, was ich jetzt nicht wirklich mit Super Smash Bros. in Verbindung bringen kann. Jinbei gefällt mir hier noch sehr gut, aber am Ende müssen wir natürlich sagen, die Color Spreads sind Filler. Da ist selten irgendetwas versteckt und meistens erfährt man es dann im Nachhinein und dann sollte es das gar nicht gewesen sein. Es ist cool anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so langsam würde ich mir mal wünschen, dass wir mal wieder eine richtige Cover-Story bekommen würden. Etwas, was Kanon ist, worüber man wirklich mal reden könnte. Kommen wir also zum Kapitel und da wird es direkt spannend, denn jetzt ist wirklich tatsächlich nochmal jemand nach Wano Kuni gekommen beziehungsweise ist auf dem Weg nach Wano Kuni und zwar die Cypher-Pol AEG Zero. Und jetzt werdet ihr sagen, Moment, die Cypher-Pol 0, die ist doch schon längst da und die macht eigentlich im Grunde gar nichts, außer so ein bisschen Shogi zu spielen und den ganzen Kampf zu beobachten und sie mischen sich nicht ein. Und auch hier wird nochmal im Kapitel erwähnt, dass sie eigentlich im Grunde eine sehr neutrale Rolle hier einnehmen. Sie sind weder auf der Seite von Kaido noch auf der Seite von Ruffy und das beste Szenario ist eigentlich, wenn die beiden Fraktionen sich gegenseitig ausmerzen würden, aber es sind noch mehr Mitglieder der Cypher-Pol AEG Zero auf dem Weg nach Wano Kuni und da haben wir nämlich auch mal drei Mitglieder, die wir auch namentlich kennen. Allen voran natürlich Rob Lushi, im Hintergrund sehen wir auch noch Kaku und Stassi. Die waren eigentlich auf Mary Joa stationiert während der Riverie, aber die Riverie ist ja jetzt auch einige Tage vorbei und scheinbar waren die auch nicht so krass in die Kämpfe verwickelt gegen die Revolutionsarmee und deswegen hat die Weltregierung jetzt entschieden, diese nach Wano Kuni zu schicken. Und die haben natürlich nicht nur einen Auftrag, die haben sogar zwei Aufträge, nämlich egal wie das da ausgehen würde und im unwahrscheinlichsten Fall, dass Kaido fallen sollte, möchte nämlich die Weltregierung Wano Kuni annektieren. Sie wollen Wano Kuni aber nicht in die Weltregierung integrieren, wie das bei vielen anderen Inseln ist, so dass sie eine Steuer zahlen müssen, dieses Himmelsgold, sondern sie möchten quasi einen Marionettenstart daraus machen und selbst die Leitung dort übernehmen. Klar, sie wollen natürlich das Seestein, deswegen war ja die Cypher-Pol 0 ursprünglich dort, um mit Shogun Orochi zu verhandeln und selbst wenn der jetzt noch aus seinem Versteck rauskommen würde und sagen würde, hey, ich regiere das hier für euch und ihr bekommt alles, was ihr wollt, aber Hauptsache ich bin am Leben und alle sind hier wieder weg und ich kann mein gewohntes Leben weiterleben. Ich glaube, da hat er sich so ein bisschen verscherzt mit der Cypher-Pol 0, aber es gibt noch einen anderen Auftrag. Nicht nur Wano Kuni soll annektiert werden, sondern natürlich Nico Robin. Ja, sie muss gefangen genommen werden. Irgendwie wollen sie die nicht tot sehen, sondern sie soll wirklich gefangen genommen werden und viele hoffen jetzt natürlich darauf, es gibt jetzt hier einen Impel Down 2.0 Arc. Ich schließe das nicht komplett aus, ich habe meine eigenen Theorien für einen Impel Down 2.0, aber ich sehe da nicht wirklich die Beteiligung der Strohhutbande und sollte Nico Robin entführt sein und dort eingesperrt werden, ja, dann wäre das eine Beteiligung der Strohhutbande und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Nico Robin ins Impel Down kommt, sondern ich glaube, sie würde eher nach Mary Joa gebracht werden, weil sie wollen sie ja unbedingt Leben haben, obwohl sie ja eigentlich eine Gefahr ausstrahlt, solange sie am Leben ist, für die Weltregierung. Aber hier wird irgendwie nur gesagt, dass sie nur eine Gefahr ist in den Händen der Piraten und sie gibt natürlich auch der Piraterie neue Hoffnungen und naja, es ist ein bisschen konfus. Jedenfalls wird jetzt der Auftrag an die vor Ort ansässigen Cypher-Pol-Agenten gegeben. Rob Luschi, Kaku und Stassi sind, wie gesagt, immer noch unterwegs. Ob sie tatsächlich nach Wano kommen, bevor Kaido besiegt ist, das steht alles noch in den Sternen. Es kann auch sein, dass sie noch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie dort hinkommen. Vielleicht kommen sie da auch gar nicht hin. Ihr kennt ja diese, ja, Probleme, wenn man den Wasserfall erklimmen möchte. Ja, die Strohhutbande hat es nicht geschafft. Die Big Mom Piraten wurden zweimal heruntergeworfen und haben es bis dato auch nicht irgendwie geschafft, dort hochzukommen. Und vielleicht passiert das ja auch mit der Cypher-Pol-0. Immerhin haben wir immer noch Marco, der zwar nicht mehr der fitteste ist, aber immerhin noch so ein Schiff runterwerfen könnte. Da sehe ich gar keine Probleme. Und da sind wir auch schon an einem Punkt, den wir besprechen müssen. Ja, wird Nico Robin denn überhaupt entführt werden? Ich kann mich noch erinnern, auf Sue damals hat sie behauptet, sie hat sehr starke Freunde, die sie beschützen können. Und am Ende wäre es ja auch nur so eine Wiederholung vom Water 7 Arc, wo Nico Robin eben nicht daran geglaubt hat, dass ihre Freunde sie beschützen können und sich dann freiwillig in die Hände der Cypher-Pol-9 ergeben hat. Und ich sehe das nicht so ganz, Leute. Ja, es gibt noch zu viele Leute, die hier besiegt werden können. Wir können natürlich davon ausgehen, dass ein Rob Luchy natürlich viel stärker ist als damals auf Enis Lobby. Das muss er einfach sein. Nein, Rüstungshaki, Observationshaki erwarte ich da. In Film Gold haben wir gesehen, dass er es mit Sabo aufgenommen hat. Klar, absoluter Filler, aber man hat die beiden Charaktere gegeneinander gestellt und hat die als ebenbürtig klassifiziert, würde ich es mal so nennen, auch wenn dieser Kampf natürlich nie stattgefunden hat. Aber auf der anderen Seite, wir haben noch so viele, die irgendwie gegen Rob Luchy und gegen die anderen kämpfen könnten. Brook ist immer noch fit, Nico Robin ist auch wieder auf den Beinen. Sie wird sich also auch wehren können. Chopper schließe ich mir mal komplett aus. Da er immer noch in dieser kleinen Baby-Form ist, ob er die überhaupt nochmal ablegen wird, in kürzester Zeit, wissen wir nicht. Zorro wird spätestens nach dem Kampf von King am Ende sein. Er war davor schon am Ende und steht eigentlich nur wegen dem Wunderheilmittel der Minx. Und danach soll es ja noch schlimmer werden. Zu Sanji kommen wir hier gleich. Er könnte hier wirklich das Zünglein an der Waage sein. Aber auf der anderen Seite haben wir noch Jinbei. Der hatte keine Probleme gegen den Who is Who. Und für mich ist Rob Luchy einfach eine krassere Version von Who is Who im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn er streng genommen die schlechtere Teufelsfrucht hat. Aber Who is Who hat selbst gesagt, er wurde immer mit dem genialen Rob Luchy verglichen. Und Rob Luchy als Agent der Cypher-Polol muss einfach viel mehr drauf haben. Dann haben wir Frankie. Den haben wir erst bei Zorro im letzten Kapitel gesehen. Der ist auch noch mehr oder weniger fit. Klar, Frankie Shogun ist nicht mehr möglich. Aber er kann ja so noch weiterkämpfen. Im Grunde hat er ja selbst gar keinen Schaden abbekommen. Usopp hat viel eingesteckt. Aber wir kennen Usopp. Auch wenn der komplett im Eimer ist, kann der immer noch ein bisschen was reißen. Nami ist auch noch mit am Start. Hat immer noch die Imba-Wolke Zeus. Die ja quasi jetzt ihr Klimataktstock ist. Und damit eigentlich noch im Grunde mächtiger. Und wir haben noch so viele der Samurai. Also das wird kein Selbstläufer für die Cypher-Pol Null werden. Wenn die wirklich in Erwägung ziehen, Nico Robin einzukassieren. Aber die Hoffnung, die ich habe, dass hier nicht direkt Rob Luchy erst mal beteiligt ist. Sondern dass jetzt wir mal sehen, wer sind überhaupt diese anderen Cypher-Pol-Agenten, die zur Zeit auf Wano Kuni sind. Beziehungsweise auf Onigashima. Und vielleicht erfahren wir da die Geheimidentitäten. Und das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr begrüßen. Und dann kommen wir erst mal zu einer Szene zwischen Yamato und Momonosuke. Wobei die beiden gar nicht mehr zusammen sind. Denn Yamato hat sich jetzt entschieden, wieder zurück nach Onigashima zu gehen. In die Waffenkammer zu gehen und die ganzen, ja, explosiven Waffen, den ganzen Sprengstoff einfach zu beseitigen. Damit im schlimmsten Falle, wenn Onigashima tatsächlich auf die Blumenhauptstadt fallen sollte, der Schaden eingegrenzt wird. Jetzt hat sich Momonosuke natürlich zurückgelassen. Und Momonosuke ist davon gar nicht begeistert. Der bekommt das nämlich partout nicht hin, diese Wolken zu erzeugen. Er versucht das die ganze Zeit. Ich beschwöre die Wolken, ich beschwöre die Wolken. Aber er kriegt das nicht hin. Er unterhält sich auch quasi da noch so ein bisschen mit Yamato. Mit, ja, ich denke mal ein Flashback. Sie haben ja keine Teleschnecken. Und er sagt, lass mich nicht alleine. Ich kriege das nicht hin. Und Yamato baut ihn halt auf. Ja, ich vertraue dir. Du schaffst das schon irgendwie. Es ist sehr, sehr komisch, diese ganze Szene. Weil im letzten Kapitel hatten wir noch drei, vier Seiten. Wo das Ganze erklärt wurde, wie wichtig das Ganze ist. Und im Grunde, dass Yamato jetzt weggeht und die Waffenkammer ausräumt. Ja, ist ja eigentlich ein Zeichen, dass sie nicht 100% davon überzeugt ist, dass Momonosuke es schaffen kann. Also hier fehlt da irgendwie so ein bisschen der Vertrauensbeweis. Aber ich hoffe natürlich doch, dass Momonosuke das irgendwie hinbekommen hat. Übrigens, Momonosuke, das hat auch die Cypherpole rausgefunden. Sie haben nicht rausgefunden, dass hier die, ja, fehlgeschlagene Teufelsfrucht von Vegapunk im Spiel ist. Sie wissen zwar nicht, wer Momonosuke tatsächlich ist. Aber sie wissen, es ist ein Feind von Kaido und es ist nicht Kaido. Auch hier könnte es nochmal interessant werden. Und es wird auch langsamer Zeit, dass wir ein paar Informationen zu dieser fehlgeschlagenen Teufelsfrucht bekommen. Ja, Vegapunk hat sie als Fehlschlag bezeichnet. Sie funktioniert aber eigentlich richtig gut. Und gehen wir davon aus, dass nach dem Wano Kuni Arc Momonosuke jetzt nicht mehr die allergrößte Rolle spielen wird. Und nicht mehr im Fokus stehen wird. Ja, da ist dann halt auch nicht so die Gelegenheit, das Ganze aufzuklären. Wer denkt, bisher war es schon ein richtig gutes Kapitel. Und abgesehen von der Szene von Yamato und Momonosuke war das jetzt eigentlich richtig cool mit der ganzen Cypherpole. Wobei man hier sagen muss, wir sehen in diesem Kapitel auch noch die Tierform von Yamato. Und an der Stelle muss ich sagen, auch wenn es hier nochmal speziell gesagt wird, ah, ein riesiger Wolf. Ich finde, Yamato sieht ein wenig zu feminin aus und wirkt eher wie ein Fuchs. Kommen wir jetzt aber zum nächsten großen Highlight in dem Kapitel, nämlich den Kampf Sanji gegen Queen. Ja, die haben einen richtig guten Schlagabtausch hier. Und Queen möchte etwas Besonderes von Sanji sehen. Und ihr ratet bestimmt schon, was es ist. Er will unbedingt den Raidsuit sehen und hat gesagt, hey, gegen King hast du ihn auch eingesetzt. Ich will jetzt, dass du ihn gegen mich einsetzt, denn ich will die Technologie von Judge sehen. Er hat ja früher mit Judge zusammengearbeitet und vielleicht will er da sogar ein paar Technologien bei sich einbauen. Wer weiß es nicht. Das wird bestimmt schon einen Grund haben, warum er quasi seinen Gegner auffordert, noch stärker zu werden. Aber Queen ist auch der Meinung, dass er ihm ja eigentlich komplett überlegen ist. Und das mit gutem Grund, weil er schießt erstmal einen Black Coffee auf ihn und zeigt dann eine komplett neue Technik. Und da wäre ich im Leben drauf nicht gekommen, dass Queen so etwas kann. Und ich kann mir es eigentlich nur erklären, dass es an seiner Cyborg-Technologie liegen kann, dass er das überhaupt machen kann. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das nochmal eine besondere Form der Brachiosaurus-Form ist. Also der Teufelsfrucht, die er gegessen hat, weil er verwandelt sich jetzt in eine Schlange. Oh ja, ihr habt ganz richtig gehört. Queen verwandelt sich hier in eine riesige Schlange. Dabei macht er seinen Körper lang und springt quasi aus seinem Oberkörper hinaus. Die Beine und seine Arme lässt er zurück. Und er hat gesagt, ja, das können halt Brachiosaurus einfach so. Denn die Dinos waren mal die mächtigsten Könige auf der Erde. Die haben hunderte von Millionen Jahren die Erde beherrscht. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Und dass hier ein bisschen Cyborg-Technologie mit im Spiel ist. Denn er sagt nämlich auch noch später, dass den Rest, den er übergelassen hat, also quasi sein Oberkörper, seine vier Beine in dem Fall, weil er ja wieder in seiner Brachiosaurus-Form gewesen ist, das würde einfach zurückbleiben. Und das ist eigentlich im Grunde nicht mehr wichtig, aber er hat auch da nochmal Veränderungen gemacht. Aber als er jetzt aus seinem Körper herausgesprungen ist, hat er sich erstmal um Sanji gewickelt und quetscht den jetzt zu Tode. Und er sagt auch noch, nicht mal die Meister des Rüstungsharkis konnten jemals seinen Coil, also seinen Wickel hier überleben. Und Sanji wird auch noch gesagt, dass jetzt seine Knochen nachgeben werden und seine Organe werden nachgeben. Aber er gibt ihm nochmal einen kurzen Moment zum Atmen. Und zwar sollte er in den Raidsuit gehen. Und schon vorher hatte sich Sanji die ganze Zeit geweigert. Ihr wisst, wie es steht um Sanji und seine Familie. Und er geht hier auch nochmal darauf ein, dass Queen gar keine Ahnung hat, wie das Verhältnis zu seiner Familie ist. Und im nächsten Moment fällt ihm ein, man sollte nicht mal behaupten, dass es seine Familie ist. Denn er möchte mit denen absolut nichts zu tun haben. Aber Queen wäre nicht Queen, wenn er es mal wieder übertreiben würde. Und ich habe ja schon eben über die Überreste seines Körpers gesprochen. Er sagt, normalerweise wären die unnütz wie Beine an einer Schlange, die er jetzt nun mal ist. Aber er hat Raketenwerfer dort angebracht, mit denen er jetzt auf Gegner schießt. Die sogenannten Brachio-Launchers. Und die werden mit der Stimme aktiviert. Und da er das jetzt gerade erklärt hat, dass die ja Brachio-Launchers heißen, schießen die auch direkt auf Queen. Er wird direkt getroffen. Und man denkt sich halt, was ist jetzt gerade passiert? Absolute Plot-Armor hier für Sanji. Aber es ist auf der anderen Seite so witzig, dass es so passt. Und dann schimpft er mit den Raketenwerfern an seinem Körper und sagt, Hey, ihr Brachio-Launchers, ihr sollt euch doch nur aktivieren, wenn ich euren Namen mit einer Attacke sage. Aber in dem Moment werden die schon wieder aktiviert. Und Queen wird wieder vollkommen von seinen Raketenwerfern getroffen. Was ihm auch deutlich Schaden macht. Und in dem Moment kann sich dann natürlich auch Sanji befreien. Und der sieht ziemlich zerquetscht aus. Auch Chopper, ja, der ist hier ganz schön überrascht und sagt, Oh mein Gott, Sanji, wie siehst du denn aus? Hast du dich jetzt in einen Zombie verwandelt? Und im nächsten Moment ist Sanji wieder geheilt. Er hat keine gebrochene Knochen. Sein Organ scheint es auch gut zu gehen. Er sagt, ja, sein Körper fühlt sich halt komisch an. Was ist gerade passiert? Sanji regeneriert hier sich komplett neu. Und die Einzige, was hier passiert sein kann, ist, dass die Gene, ja, diese Manipulation, die Judge an seinen Söhnen vorgenommen hat, hat sich jetzt nun endlich aktiviert. Dadurch, dass Sanji jetzt öfters mal den Raidsuit benutzt hat. Und Sanji ist damit absolut gar nicht einverstanden. Er will nicht zu einem dieser Monster werden wie seine Brüder. Das hat er sich eigentlich geschworen. Das war nicht der Wille seiner Mutter. Aber scheinbar ist es jetzt trotzdem passiert. Und er scheint jetzt ein richtiger, ja, overpowerter Charakter zu sein. Denn Queen kann es auch nicht so ganz glauben. Er nimmt sein Schwert, schlägt auf den Kopf von Sanji. Und Chopper will ihn noch warnen. Aber das braucht er gar nicht. Denn Sanji nimmt sehr geringen Schaden. Und das Schwert von Queen zerbricht einfach. Ja, und damit ist dieses Kapitel zu Ende. Wir wissen nicht, was jetzt mit Sanji ist. Was da wirklich aktiviert worden ist. Und scheinbar geht es jetzt doch alles in die Richtung der Gen-Manipulation, die Judge damals vorgenommen hat. Bei Sanji hat es halt jetzt einfach länger gedauert. Kommt natürlich auch daher, dass er nie ein Raidsuit getragen hat vor dem Wano Kuni Arc. Und dass der natürlich so ein bisschen die Gene, die er in sich hat, aktiviert hat. Und jetzt ist es nach vorne gekommen. Und Sanji ist halt ein komplett anderer Charakter. Es ist natürlich wieder mal nur eine Momentaufnahme. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und das macht natürlich auch einen Rüstungshaki nicht obsolet. Aber er ist jetzt ein stärkerer Charakter. Ja, und egal was er dazu sagt, ob er das möchte oder nicht. Und vielleicht unterzieht er sich ja auch danach nochmal eine Operation. Vielleicht könnte das der Grund sein, warum man irgendwann auch mal Vegapunk aufsucht. Damit das alles wieder rausgenommen wird. Und er schwächt sich damit selbst. Aber das ist halt Sanji schon die ganze Zeit im Wano Kuni Arc. Denn von Anfang an haben viele gewollt, dass er jetzt den Raidsuit anzieht. Und damit halt besser wird. Und hätte er ihn jetzt die ganze Zeit angehabt, hätte Queen wahrscheinlich gar keine Chance gehabt. Und vielleicht sagt sich Sanji jetzt nach diesem Moment, Okay, jetzt ist sowieso alles verloren. Jetzt kann ich auch diesen Raidsuit anziehen. Und macht dann halt Queen in den nächsten 1-2 Kapitel fertig. Und wir haben wieder einen Kampf, der beendet wurde. Und wir haben einen Sanji, der höchstwahrscheinlich noch fast bei 100% ist. Okay, vielleicht nicht ganz bei 100%, vielleicht bei 70, 80%. Aber definitiv jemand, der Nico Robin beschützen kann. Und dann hätten wir quasi wieder so eine umgekehrte Situation. Das letzte Mal hat Sanji um die Hilfe von Nico Robin gerufen. Und jetzt ruft dann halt Nico Robin, die von der Cypher-Pol angegriffen hat, um die Hilfe von Sanji. Und er kann sich quasi revanchieren. Also das würde ich auf jeden Fall sehen. Es sei denn natürlich Rob, Luschi, Kaku und Stassi kommen. Und Stassi wird sein Gegner. Denn gegen die wird er keine Chance haben, wie damals schon nicht gegen Khalifa. Und wir wissen es nicht. Vielleicht ist ja einer der Cypher-Pol-Agenten, die bereits auf Wano Kuni sind, ja vielleicht auch einer könnte Khalifa sein. Das Kapitel bringt uns auf jeden Fall sehr, sehr viele Informationen auf einmal. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Ziel für die Cypher-Pol 0. Das sollte klar sein. Im besten Fall wird es so ausgehen, dass Kaido besiegt wird. Und sie werden versuchen, die Macht in Wano Kuni an sich zu reißen. Was ich auch nicht ganz glaube, dass das funktionieren wird. Weil wir wissen ganz genau, Wano Kuni sollte eigentlich geöffnet werden nach diesem Arc. Und das kann im Grunde nicht damit kommen, dass halt dann die Weltregierung da das Sagen hat. Zum anderen haben wir jetzt mit Sanji diese aktivierten Germagene oder Germatechnologie, wie man es auch nennen möchte. Was natürlich auch immer noch ein großes Rätsel darstellt in der Welt von One Piece. Vielleicht hat man sich jetzt wirklich so entschieden, wegzugehen von diesen Lunarien-Gene von King. Weil ja auch Queen vor ein paar Kapiteln noch gesagt hat, du bist kein Lunarien. Du musst aus irgendeinem anderen Grund dieses Feuer erzeugen können. Und es sind wahrscheinlich dann doch die Germagene, die er in sich trägt. Und die Germatechnologie. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das jetzt weitergeht mit Sanji. Nächste Woche ist erstmal eine Pause. Das heißt, erst in zwei Wochen wird es das nächste Kapitel geben. Wie es da weitergeht, weiß ich noch nicht ganz genau. Es könnte jetzt weitergehen mit Sanji. Es könnte jetzt aber auch erstmal wieder zurück wechseln zu Ruffy. Dass wir quasi jetzt so eine Reihenfolge haben mit Ruffy, Zorro, Sanji. Und dann wieder Ruffy. Oder es wird jetzt erstmal durchgewechselt zwischen Sanji und Zorro. Und das würde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finden. Weil am Ende ist Kaido derjenige, der als letztes fallen wird. Und dann werden sowieso der Rest der besten Piraten ihre Hoffnung verlieren. Die Waffen senken oder vielleicht sogar die Flucht ergreifen. Kommt natürlich auch darauf an, inwieweit bis dahin die Cypher-Pol 0 vorgedrungen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alleine unterwegs sind. Weil ich glaube schon, dass die ein paar der Marine mitgebracht haben. Wobei eigentlich dir das Drake von Kobe vor einigen Kapiteln gesagt bekommen hat, dass die Marine alle Hände voll zu tun hat mit den Chichibukai. Aber so langsam wird es mal wirklich Zeit, dass wir hier mal ein paar Informationen von außen bekommen. Die könnten wir eventuell von Rob, Lushi und Co. bekommen. Das wäre auch super interessant. Jedenfalls, es war ein super Kapitel. Zumindest für mich, wie ihr das gesehen habt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Denkt auch daran, eure Fragen für die Nachbesprechung morgen auf Twitch um 18 Uhr zu stellen. Einfach unter die Review schreiben mit einfach Frage Doppelpunkt. Benutzt keine Hashtags. Dann landet die Frage meistens in der Überprüfung und könnte übersehen werden. In diesem Sinne, wenn ihr Lust habt auf mehr One Piece und euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Für mehr One Piece Reviews und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Im Geiste von Wano Kuni sage ich Sayonara, Matane. спасколzer. 익ליhe. Bis bald. Erronic. B Flowers etwas. Es ist ebenso。 packe. Ihr. Und da hast du lasst. Okeych.